Ich finde es sehr schade, dass wir nach zwei, drei Monaten wieder etwas Neues austauschen. Mir ist es sehr wichtig, dass man z.B. auch ein iPhone weiter verschenkt. Oder auch mit Kleidern. Ich gebe alle Kleidern in die Berghilfe und die Sachen, die ich nicht mehr brauche. No-Go ist, wenn man alles wieder wegwerft und nicht weiterverwendet. Und sonst auch Plastik oder Padflaschen auf den Boden rührt und seinen Abfall nicht aufräumt. Das finde ich auch gross. Wir sollten einfach mal googeln, was so alles verschwendet wird. Und dann wird jeder automatisch etwas dazu mitbringen und machen. Die Sachen eben versuchen weiterzugeben. Vielleicht mal etwas länger zu brauchen. Oder nicht gerade denken, jetzt bekomme ich noch mal einen Pullover, aber dabei habe ich den gleichen oder den Ähnlichsten zu Hause. Einfach etwas sparsamer in diesem Sinne sein.